Ich habe mal wieder ein Spiel auf meinem Tisch, wo ich hineinschauen möchte. Ein Spiel für ein Unboxing-Video und zwar die Frühjahrsneuheit von Hans im Glück. Dynasties heirate und herrsche. Ein Spiel von Matthias Kramer, der ja sowas wie Lancaster oder auch Glenmore schon entwickelt hat. Was sofort auffällt, schon bevor ich reinschaue, ist, hier hat Hans im Glück auch einen Rahmen beim Cover verzichtet. Hier hat man sonst immer so einen Rahmen noch drum gehabt. Das heißt, diese Cover-Grafik war eingefasst. Das ist jetzt hier nicht dabei. Schauen wir ganz kurz auf die Rückseite hier. Ganz klar, kleine Übersicht und das Spiel ist für drei bis fünf Spieler ab zwölf Jahren ungefähr 90 Minuten geht es. Ja, und ich würde sagen, ich schaue jetzt hier einfach mal rein. Folie kommt weg und dann öffnen wir mal den Deckel. Hier liegt schon mal der Spielplan bereit. Ich schiebe es hier mal ein bisschen beiseite. Schauen wir uns einfach mal den Spielplan an. Oh ja, der ist schön groß. Ja, noch ein bisschen wellig hier, aber das ist ja ganz klar. So sieht der Spielplan aus. Heirate und Herrsche, da geht es hier um verschiedene europäische Regionen, sehen wir hier. Der Spielplan ist so ein bisschen zweigeteilt. Diese größere Landkartenhälfte und hier so eine kleinere Hälfte. Drumherum gibt es diese Siegpunktleiste hier, passend wieder mit dem Lorbeerkranz. Also der ist schon mal sehr schön farbenprächtig. Das sieht ganz gut aus. Natürlich, wie es für ein Hans im Glücksspiel sein muss, ist Karkason auch auf der Karte zu finden. Das ist also schon mal der Spielplan. Lege ich jetzt erst mal wieder beiseite. Macht einen schönen, stabilen Eindruck, auch von hinten bedruckt. Ja, das gefällt mir doch schon mal ganz gut. Okay, schauen wir mal weiter. Dann gibt es hier natürlich die Anleitung. Hier ist jetzt nur eine deutsche Anleitung drin. Ja, alles gut strukturiert so. Sieht es erst mal auf den ersten Blick auf. Farblich wieder unterschiedlich hier für die einzelnen Aktionen wahrscheinlich. Also sieht auch ganz gut aus. Dann gibt es ein Beiblatt hier. Also so eine vierseitige Geschichte. Bestimmte Sachen noch mal drin erklärt. Auch das dabei. Ja, und Stanzbögen. Das sind hier nur zwei Stück. So sieht das Ganze hier aus. Also verschiedene Wappen sind das hier. Die lassen sich hier auch sehr gut rauslösen von den einzelnen Nationen wahrscheinlich. So Siegpunkttafeln. Ja, das alles sehr gut. Und das hier ist ein Korb. Das ist hier der Korb, der hier auch auf dem Cover drauf ist. Wahrscheinlich so was wie ein Startspielerstein. Sieht auch sehr schick aus. Setzt man so zusammen. Ja, so für die Blumenkinder. Ja, das also diese zwei Standstablos. Ein paar historische Personen sehe ich hier noch. Ja, sieht eigentlich ganz klassisch, ganz normal. Dicke Pappe. Also das wirkt eigentlich erst mal ganz wertig. Aber das Material bei Hans im Glück war ja auch immer gut. Hier ist diese Trennwand für die Box. Die Box ist auch innen drin. Ein wenig bedruckt. Und hier finden wir jetzt natürlich noch ein paar Sachen mehr. Zunächst habe ich hier Würfel. Drei schöne Holzwürfel sind das. Ja, das ist Holz. Schön farblich alles abgesetzt in so einem kleinen Zipptütchen. Eine kleine Rolle mit Zipptütchen ist auch noch dabei. Ein Paket mit Spielkarten. Da schaue ich jetzt auch mal kurz rein. Kartenqualität ist hier auch immer wichtig. So, Box schiebe ich mal ein bisschen zur Seite. Okay, das ist der Korb hier. Also, da scheint es verschiedene Kartenarten zu geben. Das sieht mir aus wie Aufträge. Ich schiebe hier das mal ein bisschen zur Seite. Hier sind so ein paar Aufträge. Edinburgh und Granada ist hier drauf. Da geht es um Siegpunkte, vielleicht um Mehrheiten oder so. Das weiß ich jetzt natürlich noch nicht. Das ist die eine Kartenart. Und dann gibt es hier noch solche Karten. Da gibt es auch Siegpunkte. Hier hinten auch mit dem entsprechenden Lorbeerkranz. Wahrscheinlich sind das Aufträge oder so. Also, die Karten sind... Ja, das sieht aus wie Leinen. Ja, genau. Also, das ist auch eine sehr schöne Qualität. Das ist also die eine Kartengeschichte. Und dann gibt es hier noch solche mit dieser blauen Rückseite. Ja, das sind so wahrscheinlich Aktionskarten. Hier steht jeweils ein Ort drauf. Carcassonne haben wir hier. Berlin, Milano und so weiter. Und hier oben bestimmte Symbole, die vielleicht für verschiedene Aktionen stehen. Das also, die Karten, ist eine ganze Menge an Karten. Aber wovon es noch mehr gibt, hier erstmal das Papier weg, sind Holzfiguren. Da gibt es hier einen richtig großen, dicken Sack voll. Und den schütte ich jetzt hier auch einfach nochmal mit drauf. So, das sieht doch schon mal schick aus. Also, hier sind Spielfiguren in verschiedenen Farben. Grün, Orange, sehe ich. Gelb, Rot, Blau und auch Rosa. Und dann hier solche, ja, Quader. Das sind vielleicht Warensteine. Und die Spielfiguren werden sicherlich in den einzelnen Spielerfarben sein. Gutes Holz, gute Holzqualität. Also, das macht auf jeden Fall schon mal einen sehr schönen Eindruck. Der hier wertig ist. Ja, so ein Stoffbeutel ist auch noch dabei. Das ist das Spielmaterial hier drin. Also, das, was hier jetzt liegt und dieses, was hier auf den Stanzbögen noch nicht von mir ausgestanzt ist, ist das Spielmaterial. Hier gibt es noch so eine Übersichtskarte über die einzelnen Phasen der Runde. Und hier hinten noch so eine Durchgangsende-Geschichte. Und, oh, was habe ich hier noch? Da gibt es schon, gucke ich gleich mal, eine Regelklarstellung. Hier, ich halte es mal so ein bisschen rein. Das hat man wahrscheinlich nachträglich beigelegt. Das ist hier so ein Schwarz-Weiß-Druck. Eine Klarstellung für eine Regel auf Seite 13. Also, da hat man eine Kleinigkeit zu korrigieren, beziehungsweise zum Klarstellen gehabt. Auch das ist hier schon in dieser ersten Auflage mit drin. Ja, soweit der Eindruck vom Material. Also, das Material macht einen sehr wertigen Eindruck. Der Spielplan hat eine sehr schöne Größe. Also, da hat man alles sehr gut im Blick. Und ja, dann müssen wir eigentlich nur noch schauen, was das Spiel so taugt und wie es funktioniert. Und ja, dann müssen wir uns noch schauen, was das Spiel so taugt.